In der dritten Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem SV Meppen und der SPV GG Unterhaching. Bei Sbox erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Live-DK verfolgen könnt. Mit Unterhaching gastiert heute der Tabellenzweite beim Schlusslicht aus Meppen. Nach sieben Spieltagen hat der SV erst fünf Punkte auf dem Konto. SV Meppen gegen SPV GG Unterhaching, Anstoßuhrzeit, Stadion parallel zu sechs anderen Partien wird das Spiel in Meppen um 14.00 Uhr angestoßen. Bis zu 13.696 Zuschauer finden Platz in der Meppner Hensch Arena. Drei Liga SV Meppen gegen SPV GG Unterhaching heute Live-TV, Livestream, Live-DK wie jedes andere Spiel der drei. Liga wird auch die Partie Meppen gegen Unterhaching bei Telekom Sport sowohl im TV als auch Livestream zu sehen sein. Ein Abonnement kostet monatlich 4,99 Euro. Für Kunden der Telekom ist das Sportpaket kostenlos. Für Fußballfans ohne Telekom-Abo gibt es aufs Box auch einen Live-DK zur Partie SV Meppen gegen SPV GG Unterhaching. Liga heute Live-Die-Partien im Überblick Begegnung an Stoß, Live-DK, Würzburger Kickers, Eintracht, Braunschweig, 14.00 Uhr Live-DK, Smeppen, SPV GG Unterhaching, 14.00 Uhr Live-DK, Sonnenhof, Großaspach, Hansa Rostock, 14.00 Uhr Live-DK, 1860 München, Wien-Wiesbaden, 14.00 Uhr Live-DK, Karl Zeiss, Jena 1.00 Uhr, FC Kaiserslautern, 14.00 Uhr Live-DK, Karlsruhe SC, KFC Uerdingen, 14.00 Uhr Live-DK, Fortuna Köln, SF Lotte, 14.00 Uhr Live-DK, 3.00 Uhr, Liga heute, die Tabelle vor dem 8. Spieltag, Platzdienst. Torrediv.1. KFC Uerdingen, 05710, 64.162. SPV GG Unterhaching, 712 zu 66.143, Würzburger Kickers, 714 zu 95.124, VfL Osnabrück, 710 zu 55.125, Preußen Münster, 812 zu 120.126, 1860 München, 715 zu 87.117, Hallescher FC 79, 72.108, Fortuna Köln, 710 zu 100.109, Karlsruhe SC 76, 601.10. Hansa Rostock, 711 zu 14.001, Karlsruhe SC 78, 78 zu 71.913, Energie Cottbus 89 zu 11.2914, Sonnenhof, Großaspach 76 zu 51.815, Aalen, 710 zu 11.1816, SV Wien Wiesbaden, 712 zu 14.00-2717.1. FC Kaiserslautern, 77 zu 9.00-2718, Sportfreunde Lotte 76 zu 11.00-5719, Eintracht Braunschweig, 77 zu 12.00-5620, SV Meppen, 75 zu 12.00-75, Werbung, Werbung.